Oh, beautiful ne- Was macht denn der? Ich habe alleine mehr Fracks als mein komplettes Team. So, mein Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Solo-Cue-Matchmaking of Rasu. Ähm, ja, wie ihr hoffentlich im ersten Teil gesehen habt, wenn nicht, dann klickt mal oben rechts, da habe ich euch den ersten Teil verlinkt, der war mega lustig auch. Ähm, waren meine Teammates sehr inkompetent, haben sich gegenseitig angeschossen, ich hatte teilweise mehr Fracks als die alle zusammen. Ein Typ hat die ganze Zeit Gitarre im Voice-Chat gespielt, also war schon ziemlich behindert eigentlich. Ähm, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr es fandet, weil ich habe einen etwas anderen Schnitzel ausprobiert, wie ich schon im ersten Teil gesagt habe. Ähm, deshalb brauche ich ein bisschen Feedback. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, bis denn, ciao! Zügeisen mit. Mach mich doch, mach. Oh, Leute. Good job. Look at me, ich schicke! FK, Christophon strike. Ähm. Ich habe das hier, ich habe nur die Lane. Wir haben einen FK. Nice. Du gehst schockt, du gehst schockt. Warte, er spielt mit Roll. So ein geiles Lied. Schade, dass ich dafür Strikes bekomme. Da habe ich das Gefühl, dass es sogar was werden kann. Once again, A-Long. Okay. Ein nicer A-Long-Rush, ihr Vollidioten. Was ist der mit seiner abgesägt? Jawohl, jawohl! Wie macht er das? Wow, 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 wow. Nee, ich bin raus, tschüss. Ähm, meistens spielen dann fucking Auto-Move. Da bin ich dann aber wirklich komplett raus. Einer, Alter, ist On-Spot. Der wird doch gleich gewandelt. Der Typ sollte mal lieber anfangen zu spielen, anstatt einen Alan Walker Sound-Bot anzumachen. Weil der Typ hat 8 fucking Filz. IRRE GENOMM! DANKKE, MEIN MATE BLOCKT MICH! Okay, wir lassen vielleicht ab sofort die B-Rushes sein. Huren Auto-Sniper! Gobi, Gobi! Gobi, Gobi! I destrike Dummy Gobi! Okay, ich hab hier vielleicht ein bisschen zu kurz aufgehalten. Alpa, dieser Typ! Fuck it! Jetzt hab ich eine Bombe eingesammelt. Fuck it! Nice! Also ganz kurz, warum hat der Typ mit 5 Frakes weniger als ich mehr Punkte? M! Top-up! Nice! Let's go for B! Nice! Dann würde ich sagen... I love all of you! Ich will noch wissen, was für einen Rank ich bekomme jetzt so Silver 1 oder so. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unheimlich gerne ein Like da. Silver 1? Oh, Silver 2 sogar! Ich hab gesagt, ich bin scheiße Matchmaking. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful light. One touch and I ignore. Naaa.